rock'n'roll freunde sehr cool die sondelpowerverlosung 5000 habe ich immer noch ja die preise habt ihr gesehen beim letzten video ich habe gesagt dann und dann wird die verlosung stattfinden war aber leider nicht so weil den ring konnte ich nicht nachmachen lassen weil er hat jetzt dreieinhalb wochen drei wochen gute drei wochen gedauert bis ich den hatte so dann hatten wir im studio rock'n'roll der sondelpower wir hatten kein internet also auch normal die ganze situation habe ich das jetzt gesagt also wie gesagt deswegen mache ich videos für über 18 also rock'n'roll anderes problem war ich wollte jetzt eine andere verlosung starten und das heißt wir haben jetzt tischtennisbälle gekauft und die tischtennisbälle sind auch verkackt wir haben zweimal 50 bis 100 wir wollten eigentlich 1 bis 100 aber ist eigentlich gar nicht so schlimm weil ihr seid alle mit dabei so bleibt dabei wir starten jetzt gleich die verlosung sondelpowerverlosung vielleicht gibt dann noch nicht jetzt ist ende jeder der jetzt schreibt hat überhaupt gar keine chance mehr wir packen euch alle hier rein also ich kann es euch zeigen das ist einfach ein kleiner hobbygärtnertopf sonderhobbygärtnertopf hier seid alle ich hoffe ihr seht das dabei für die preise das ist auch scheiße dann müssen wir gleich noch mal eine kleine pause machen ihr seid alle da rock'n'roll ihr seht das hier 1 bis 1,8 yes rock'n'roll people's also meine verlosung geht diesmal geht so leute sagen ich würde euch nur vertippeln und jeder hat seine nummer gekriegt also also stopp ihr seid alle hier mit auf dem zettel provins ne zeige ich nicht ja doch kann ich zeigen aber weck mich ja mal also ihr seid alle drauf ne also wenn ihr mir nicht glaubt euer problem also also wer sagt jetzt ich wär ein zinker rock'n'roll ähm da ist einer zu ausgefallen hab ich wieder zugetan ähm jeder hat seine nummer äh ich würde sagen wir machen jetzt gleich mal was anderes ich ziehe jetzt alle ja und der letzte der in diesem korb ja wir haben zweimal die gleiche kacke gebaut quasi dass die kugel 28 und das ist jetzt 21 ja also wir haben jetzt wir haben zwar 81 kugeln hier drin das zum beispiel ist sehr cool zwar hat man dasselbe bestellt 50 bis 100 sehr cool ja jeder verein da aber egal jeder hat seine nummer finde ich cool das äh wir fangen jetzt gleich an äh was ich euch noch sagen wollte ist ihr braucht nicht rumheulen das ist auch eigentlich ein sonde kanal wie gesagt und äh das lückt halt so wenn man scheiß genehmigungen hat eine heftige vorgeschichte wenn ich alle meine videos hochgeladen hätte lassen die leute noch mehr likes da das problem ist zwar nicht erlaubt ja ich war ein ganz böser junge ja tut mir auch leid habe ich mir auch viel mit verscherzt bei den archäologen und ich muss mich immer melden und ich darf nicht irgendwas hochladen und mich erst recht nicht erwischen lassen und ich mach sowas nicht ja wie ihr respekt coole sachen ich weiß viele sachen liegen noch im boden aber das meine abklärung dass sie einmal im monat kommt auf jeden fall solle ich die tausend will ich halten deswegen das gibt es zurück von euch für euch und von mir ja wir fangen jetzt an die sind jetzt draußen die 24 und die 66 rock'n'roll ich würde sagen wir machen jetzt mal eine kleine pause die sind auch draußen wie ist das die nummer 7 und die 72 tut mir echt leid schau mal jetzt gleich raus die nummer 71 und die nummer 8 fliegt raus bye bye vielleicht geht's weiter jetzt so freunde sind schon mal sechs mann raus sechs frauen und mädels ich bedanke mich bei allen abonnenten mal guck das video weiter ihr seid ja da ist wieder eine rausgeflogen das ist kacke mit dem korb die nummer 48 ist auch draußen ich find das so spannend wir sind auch im dran ihr könnt selber gucken ich find das geil auf der sound also ihr seid auch draußen 35 ist draußen und die 34 ist draußen, stimmt das? ja ne tschüss wer ist noch raus? wer fliegt raus jetzt? beim sondelzwein? wer ist mir denn unsympathisch? die nummer 41 und die nummer 30? ich weiß überhaupt gar nicht wer das ist, aber ihr seid auch draußen komm mal mit links mal einmal mit links zwei Leute wen haben wir da? die nummer 40 ist draußen und die nummer 61 ist auch draußen das wäre die nummer weniger hier wir machen gleich wieder einen break damit es auch spannend bleibt jetzt haben wir die nächsten das ist die nummer 45 ist draußen und die nummer 17 ist draußen wenn jetzt was doppelt vorkommt, dann sollt ihr mich verarschen das ist original gold ja das ist doppelzwang also wen haben wir jetzt? wer fliegt draus? tut mir leid die nummer 55 und die nummer 36 liegt draus bye bye da sind noch viele da wir nehmen jetzt mal vier stück die habe ich jetzt also die nummer 46 ist draußen die nummer 22 ist draußen und die nummer 26 ist flöten gegangen und die nummer 3 das ist eigentlich immer eine glückszahl aber bye bye die nummer 2 ist draußen die nummer 28 ist auch draußen oh 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 das wird immer weniger Meta die nummer 4 wird die nummer 4ructured ok fangen ok fangen wir an sag mir jetzt weiter im programa da mein kameramann let's go up okay geht weiter leute ihr seid auch draußen den haben wir da nummer 19 44 und die nummer 69 machen wir es ganz schnell wer ist noch draußen die 62 die nummer 9 35 die nummer 75 die nummer 10 ist auch weg dann die 42 bye bye die nummer 70 nummer 79 die nummer 15 ist auch draußen also es sind schon viele draußen und wir haben jetzt jeder vier leute die müssen bye bye abstand nehmen und wie gesagt hier ist weg 23 78 57 die nächsten kriegen überhaupt gar keinen kommentar mehr 37 auf weg 31 auf weg die 45 die 49 ist auch weg ja freunde da schaut mal die hättet ihr alle gerne waren die preise aber die nummer 6 ich glaube ich und die 64 auch nicht rock roll finder machen nächstes mal lassen noch ein paar da ja 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 ich bin ja 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 das ist eine große horsfliegerhunde ja 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 mal 59, die Nummer 50 und die Nummer 80. Das war wieder lustig. Und dann die Nummer 16 und die Nummer 14. Nein, werden weniger. Ihr seid alle raus. Good bang. Okay. Ich mach mir da einen Jux rein. Spannend machen wir mal so eine Wow-Runde. Die Nummer 81 ist weg. Die Nummer 29 ist weg. Nummer 38 ist weg. Das tut mir leid. Wer bleibt am Ende am Start? Ich guck mal, dass ich jetzt nicht dich erwische, weil ihr vier, ihr tut mir auch leid. 37, tschüss. 77, tschüss. Das sind eigentlich Brezel. Und die 65 ist auch eingeladen mit der Nummer 20 nach Hause zu fahren. Rock'n'Rolli. Jetzt haben wir wieder drei. Wer ist denn jetzt weg? Die Nummer 12 ist weg. Oh, ich hab ihn noch. Die Nummer 33 ist weg. Die Nummer 32 ist weg. Das ist nämlich doch scheißegal. Die letzte. Oh, der ist auch weg. Der wollte selber schon weg. 21, tschüss. Rock'n'Rolli. Na, gleich. Schauen wir mal. Wer ist denn jetzt weg? Sind noch ein paar Stück da? Leute? Es wird spannend, ne? Wir machen da. Ich mach mir da. Ich find's cool. Wie gesagt, zieht euch nochmal ganzen Preis rein. Ich find's. Ich zeig euch so. Ich will mal aber... Ich hab jetzt zwei Stück. Tut mir leid, Jungs. Ihr seid draußen. Tut mir wirklich leid. Das ist die Nummer 65. Tschüss. Ihr seid raus. Und die Nummer 47. Oh, oh. Das wird spannend. Jetzt sind's wirklich nicht mehr viele. Freunde. Rock'n'Roll. Cool, dass ihr so lange dabei bleibt. Das ist spannend. Und ihr wisst ja noch gar nicht, wer gewonnen hat. Nummer 51 ist auch übrigens kein Gewinner. Das finde ich lustig. Es gibt nur Abonnenten, die ich möge. Oder vor allen Dingen könntet ihr mal mehr liken. Weil die 67 ist auch draußen. Ähm... Mimimi. Wird oft zum Meckern. Und da oben ist es auch ganz schön, hab ich gehört. Und das ist die Nummer 43. Die ist auch draußen. Bye, bye. Okay. So, wir müssen es spannend machen. Wir nehmen jetzt zwei Stück. Ihr seid beide draußen. 63. Und leider die 67. 76. Danke, Kamerammer. Wow. Jetzt sind noch ein paar Leute da, sollen wir noch einziehen. Und dann kommt die Finals. Ihr seid in den Finale. Also alle Leute, die jetzt noch nicht ihre Nummer hatten. Rock'n'Roll. Zwei Leute fliegen raus. Und zwar 52 kann sich verpissen. Also kann sich nicht verpissen, aber die 73 mit dem zusammen. Könnt ihr euch beide zusammen. Das ist halt nur Spaß, Leute. Wow. Wir sind alle mit dabei. Es sind noch elf Leute. Ich finde es lustig. Ich guckle die Katze. Siehst du, jetzt versteht ihr mich drauf, dass ich nicht zinke, oder? Du wirst raus. Nummer... 25. Noch 10 Leute. Wir ziehen jetzt... Wie viel lang? Ich hau jetzt zwei Leute rein. Bye, bye. Baby. 58. 58. Und die Nummer 5. Rock'n'Roll. Tut mir leid. Ey, bleibt trotzdem noch mal ein Abonnent. Sind noch ein paar Leute da? Ich würde sagen, wir knallen jetzt einfach mal zwei Leute raus. Ich bin hier. Ich kann euch nicht sehen. Ich kann uns nicht hören. Ich kann euch nicht fühlen. Zwei Leute sind weg vom Fenster. Die Nummer 31 und die Nummer 1. Rock'n'Roll. Jetzt haben wir noch... Sechs Stück. Zwei fliegen noch raus. Und dann machen wir nochmal ein kurzes Break. Nummer 13. Nummer 27. Noch vier Leute. Kommt, einen kleinen Moment weg. Okay, alle Leute. Jetzt wird's spannend. Wer ist denn gesund? Du bist draußen. Nummer 18. Kommt, einen Augenblick. Das muss man nehmen. Das muss man nehmen. ja wie gesagt noch drei leute ja schauen wer wird sein du bist draußen dass die nummer 68 jetzt haben wir noch zwei wer da jetzt drin ist weiß ich auch nicht nur zwei kugeln aber ihr zwei werdet bestimmt wo sein wenn ihr mitguckt wer ist draußen in dem menu raus bist du bist raus die nummer 70 jetzt haben wir einen gewinner und den zeig ich euch gleich rock'n roll freunde die nummer 74 hat gewonnen super cool ja die nummer 74 ist, wer ist denn die nummer 74? Freunde bis dahin Pistingtaler Schatzhofer rock'n roll herzlichen Glückwunsch alles Gute ja die nummer 74 Pistingtaler ich glaube das ist aus Bayern kommt hier ja leider du hast gewonnen von den ganzen Leuten ja nummer 74 die anderen sind leider ausgeflogen ja melde dich auf meinen kanal ich werde deine nummer 74 kommentieren und wie gesagt du bekommst das alles machen wir mal ein bisschen platz hier ja paar Haribos wie gesagt Sondelpower schaut dir mal drauf Grüße zum Benni und wie gesagt schaut mal packt ja wie ich das T-Shirt kommt mit Haribo Pommes 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 ja wie gesagt Abenteuer Schatzhofer Terovido Sondelfränk Terovido Cap ne warme Mütze Schäkel ja und den Ring der Ring ist extrem geil hab ich nachmachen lassen wie gesagt versprochen wird nicht gebrochen rock'n roll Pommes Pommes L Pommes L Pommes Terovido Terovido M pix ich das erste kommentar damals hatte von hier sind mir schon bekannt habe ich gedacht ist ich weiß nicht wer kommt melde ich auf jeden fall du hast gewonnen ihr gewonnen liebe grüße von soll es werden von mir kommt nicht mehr so viel weil ich arbeite ich bin kein arbeitstier aber es ist echt heftig ihr könnt ja mal vorbeikommen die ganzen genehmigungen die kannst du vergessen und ich werde mir jetzt neue genehmigen lassen neue flächen neue wiesen und ich hoffe dass das hindert sonst wünsche ich euch allen gut fund und ja die wildschweinwiese kommt noch da kommen noch viele videos ich versuche noch hier und da noch mal auf dem acker und rock roll der sonnenswein also melde dich und bleibt dabei